In einer Welt des globalen Handels und Wettbewerbs zählt eine hervorragende Leistung mehr als alles andere. Herausragende Marken unterscheiden sich anderen gegenüber durch Unternehmensgeist, durch kreative Markenstrategien und außergewöhnliche Produkte. Diese außergewöhnlichen Marken heben sich von anderen ab und werden durch diese prestigeträchtige Auszeichnung als Superbrands geehrt. Wernes Grüner ist eine Superbrand. Die Wernes Grüner Brauerei gehört heute zu den bedeutendsten und erfolgreichsten Brauereien in den neuen Bundesländern. Die sächsische Brauerei zählt zu den Top 30 der deutschen Bierexporteure. Insgesamt wird Wernes Grüner in mehr als 20 Länder auf vier Kontinenten exportiert. Mit der Erweiterung der Range um Wernes Grüner Alkoholfrei und Wernes Grüner Radler hat das sächsische Unternehmen sein großes Potenzial weiter ausgeschöpft und auch diese beiden Produkte erfolgreich im Markt positioniert. Die Brauerei im Vogtland gehen fest davon aus, dass auch die jüngste Produkteinführung Wernes Grüner 1436 den erfolgreichen Weg der Pilzlegende fortschreiben wird. Als Unternehmen mit langer Tradition legt Wernes Grüner besonders Wert auf die Förderung der Sport- und Kulturlandschaft in Mitteldeutschland. Die Brauerei, bereits 20 Jahre Partner des Sports und Kultur, unterstützt kleine wie große Veranstaltungen sowie zahlreiche Vereine. Damit für die Menschen in Sachsen und darüber hinaus auch bei Kulturveranstaltungen stets alles im grünen Bereich ist, fördert Wernes Grüner seit mehr als zwei Jahrzehnten Kultur- und Musikveranstaltungen. Die Wernes Grüner Pilzlegende zählt heute zu den beliebtesten deutschen Pilzmarken. Superbrands – die internationale Auszeichnung für nachhaltige, hervorragende Leistung.